Willkommen in seiner neuen chilligen Runde World of Warcraft zurück zu den alten Zeiten, zurück zu Klassik. Ja, warum befinden wir uns hier im Login-Server, RealM-Auswahl? Ja, ich habe im ersten Teil ja Kritik geübt, warum es so wenig Server gibt. Und siehe da, wir sind jetzt am dritten Tag und die Server gab es dann schon am Abend des ersten Tages, wurden sie Stück für Stück hinzugeführt. Wir haben jetzt nicht nur vier, wir haben jetzt acht Server. Geht doch, Dankeschön Blizzard. Auch so fair sollte man dann sein, wenn man Kritik abstellt seit Blizzards, das auch mal zu erwähnen. Also wie gesagt, Dankeschön und wir questen jetzt weiter. So Dilly, bevor wir weiterspielen, stelle ich mal mein erstes Add-on vor, Warn Back. Stack ist leider veraltet, aber funktioniert. Und wir betreten mal die Welt. Ich habe auf meine Taste, also Taste B, warte mal, ich gehe mal hier kurz zur Seite, jawoll. Ich, du sollst dich rumdrehen. Schwachkapp! Ja, jawoll, so, dass wir noch ein bisschen was hier sehen. Ich habe in der Tastaturbelegung die Tasten direkt belegt. Ich weiß gar nicht mehr, wo war denn das? Aktionsnessen? Nein. Interface, nein, Interface. Taschen direkt mit B. Alle Taschen öffnen mit B. Und damit können wir jetzt, wenn wir B drücken, hier dieses Add-on benutzen und hier kommen alle Taschen dann in eine zusammen. Das ist für mich immer so das Wichtigste. Kannst du hier konfigurieren, kannst du hier die Anzahl der Spalten hochstellen. Nee, nicht. Was? 11? Das ist ein bisschen viel. 10? Okay, das ist so mein Favorit. Größe kannst du dir hier auch einstellen, wie du das möchtest. Jo, das passt schon eher auf direkt 0,8. Machst du? Nee, machst du nicht, ne? Hä? Hintergrund, Mouse-Over, nö, das lassen wir so. Das passt, ist klein genug. Und... Ist hier Gilden-Werbung oder was? Jei, jei, jei. Mach dir nix, hör. So, wir wollten weiter questen. Wir suchen... die... Kisten. Ich hab eine, ich hab eine, ich hab eine, ich hab eine. Das ist schön. Und... Jawohl, meins. Hier drin auch. Jawohl. Du siehst, es geht besser. Wir sind an Tag 3. So Stück für Stück wird sich das auch auflösen. Hoffe ich mal. Auch mit den Warteschlangen. Hier müssen wir ein bisschen durchhalten. Jawohl. Ausdauer zeigen. Geht schon, geht schon. Macht Spaß. Macht Spaß. Schwierigkeitsgrad ist natürlich schon ein bisschen höher, ne? Das wisst ihr ja. Ist mit dem normalen... Geeks. Jawohl, wir wenig zu vergleichen. Ah, Wichtel macht also nur was, wenn ich angegriffen werde. Jo, dann ist das so. Und... Haben wir hier etwa auch noch Respawn vom... Ne, das ist struppiger Aasfresser. Dann müssen wir mal warten auf den Zarmoe. Es sah aus, was ich gesehen hatte, dass das viel schneller jetzt respawnt, dass man da was gemacht hat. In anderen Gegenden habe ich dann schon gelesen, dass der Respawn instant kam, dass es doch wieder zu Problemen gab. Also irgendwie kann man es keinem rechten machen. Aber wir machen dann gleich mit dem Samoe hier weiter. Ne, das ist doch Stefan, der respawnt. Samoe Fips, da ist er. Jawohl, dann machen wir das gleich hinten dran. Du kannst mir gleich mitmachen, Wichtelchen. Denn der Hammer hat das auch. Ah, schön, schön, schön. Was mir jetzt nicht ganz so geläufig ist, ob der Shadowbolt wirklich nur diese 25 Mana früher kostete. Aber das ist egal, wenn, dann skaliert sowieso mit dem, was du an Mana selber hast. So, als Addon bräuchte ich jetzt eigentlich nur noch, dass ich meine Leiste hier unten sehe. Aber irgendwie kann man das, glaube ich, sogar einstellen. Aber das werde ich dann irgendwo später mal ausprobieren. Ich kriege ja sowieso die Meldung, wenn ich wenig Leben habe, dass es dann irgendwie blinkt. Werden wir dann hoffentlich merken, bevor ich umfalle zu essen. Brauche ich Essen überhaupt trinken? Immer so eine Sache. Je mehr du in den Inventar hast, desto blöder wird's. Ja, wir sind alle von den verlassenen Jungchen. Deswegen, wir sind untote. Vorsicht! Feinde im Übermaß! Ich dachte schon wegen meinem Spruch, dass ich gleich einen auf die Lippe kriege. Ja, 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 ja. Schmeißen wir hier rein, komm. So, wir haben jetzt Überreste. Bietchen, Dankchen! Haben wir das auch. Und? Das sind so die letzten Quests. Ja, nee, 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 nee. Warte, 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 warte. Da muss noch mehr kommen. Und wieso hat der da... Nachtweber? Ach, die haben wir schon jetzt mit... Wann ist das? Der war doch vorhin noch nicht. Begrüß den Schatten! Ja, ja, guten Tag, Schatten und so. Ich habe ihn begrüßt. Ist das wichtig? Zum Verkaufen haben wir nix. Wir dürfen jetzt die Spinnen machen. Naja, ich weiß, wo alles ist. So, schön, dass hier schon eine fette Spur liegt. Da wissen wir, dass da keiner war. Dass hier jemand war, aber hier questet und nicht nach da oben. Los, warte, los! Jawohl, wir haben Dolche auf 14. Ich hoffe mal, das können wir immer so weiter mitmachen. So, hier, Wichtel, Wichteline, Gelgol, gib Gas. Und, achso, ja, hier muss man ja noch garsten und... Aua, ich bin vergiftet, Hilfe! Wichtel, komm, wir machen das jetzt nur mit dem Shadow. Gucken, wie viel wir rauskriegen. Machen wir noch niedrig. Ja, das ist ein Shadow Grimmer noch. Gelgol, du hast... Jawohl. Das geht auch so. Schön, schön, schön. In der Mine bin ich jetzt mal gespannt. Hier, ging's doch? Ja, ging's doch hier irgendwo rein. Nachtwebergrund, jawohl. Aber, ach, dieses Gequietsche. Da oben ist die Mine, jawohl. Ach, Zarin, verarscht mich doch hier nicht in der Sonne, aber erfolgreich. Hier oben müsst ihr ein bisschen aufpassen. Die sind, soweit wie ich mich erinnere, dann schon rot. Ah, das war der Verdirbnis. Ich wollte auch Shadow, genau. Was, widerstanden? Ich hau dir. Wir haben einen besseren... Jawohl, die sind schon rot, die Mops. Komm, Wichtelchen, darfst mitmachen. Jibbi, juhu. So, dahin und dann schnappen wir uns den nächsten. Ah, mal niedrig. Hätte ich vielleicht noch vorher drauf gucken sollen. Wenn wir dann unseren ersten Zauberstab haben, geht das dann wieder... Da ist das nicht mehr so wilde. So. Hinsetzen, trinken. Nö, nö. Ja, komm. Ja, weil der nicht im Sichtfeld war, rennt er dann automatisch ins Sichtfeld, um zu attackieren. Macht recht, ich mach da fein. Sag mal, haben wir jetzt so extrem Mana wieder gekriegt? Nee. Ich meine, dazu, maximale... Jetzt dauert es irgendwie schon eine ganze Weile, ne? Nee, Leder können wir leider nicht tragen. Oh ja, nee, 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 das täuscht. Da, komm, Wichtel. Aber... Nee. Wat, widerstanden, Wichtel? Du kannst genauso viel wie ich? Ja, nichts. Manu. Ja, komm, das machst du selber, ne? Kieks. Jawoll. Nee, versteck dich doch mal nicht so hinter mir, du. Du sollst denken. Machst du was? Ja, du machst was. Ich hör's brutzeln. Mana hast du auch noch? Jawoll. Passt. Vier von acht? So, dann hoffen wir mal, dass wir hier keinen Riesbogenrücken kriegen. Oder ich muss mir Mana aufhebeln. Manu aufhebeln. Mana aufhebeln. Ja, setz dich mal hin. Hältst du meinen Rücken in Betrachtung? Hältst du mir den Rücken frei? Quietscht dir ganz laut. Rote Spänne von hinten. Jawoll. Dein Nachbar wird sich freuen. Ich werd's dir danken, wenn ich's denn höre. Also musst du laut genug quietschen. Jawoll. Damit auch ich das höre. Hör's, hör's. Ja, ja, ja. Eigentlich haben wir ja gleich wieder ein Level. Manu, Manu, Manu. Hier kommen vier Wichel. Mach mit. Genau. Gib ihn. Hinten kommt noch nix. Das Problem ist, wenn dann von hinten was kommt und wir in den Riesbogen reinlaufen, könnte es dann durchaus sein, dass dann immer mehr und immer mehr und immer mehr Riesbogenrücken kommt. Wenn ich wüsste, was du da von dir gibst. Gelkul. Aber gut, jetzt haben wir mal noch. Das passt. Geht's, dass es zum Level ab. Level 5. Sauber. Läuft bei uns. Achso, hier müssen wir ja auch mal weitermachen. Ma-ha-ha. Gib ihm. Doch, mal erst vier von zehn. Oh, hier mache ich jetzt ein bisschen mehr Zeit. Jawoll. Wir haben den ersten Beutel gefunden. Gib ihm. So, jetzt haben wir hier mehr Platz. Ziehen wir mal die Tasche ein bisschen höher. Damit können wir das hier schön aufteilen. Das ist immer noch Leder. Ja, wir hätten nebenbei auch noch eingreifen können. Ja, Taschen. Ja, die kommen da unten rein. Genau, hier in die Slots. Fetzt. Ach, läuft. Läuft. Jede Tasche ist richtig wichtig, gerade am Anfang, auch wenn das nur sechs Plätze sind. Ach komm. Kriegs. Jawoll. So. Wir brauchen auch noch Skillpunkte für den Dolch. Ach, schön. Macht immer wieder Spaß. Kann ich nur empfehlen. Schniekel, 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 schniekel. Gib ihm. Also gut, ich gehe aufzuschreien. Ich habe doch gar nichts gemacht. Woher kennen wir uns so gut, gell? Ach, schön. Ah, fein. Den behalten wir auf jeden Fall. Der ist cool. Gib ihm. Sieht geil aus. Schön abwechselnd draufgeballert. So, haben wir den der auch? Jetzt haben wir uns auch wieder was zu verkaufen. Verkaufen. Ach, shit. Witz. Ja, hier muss man jetzt Kirschner sein. Das wäre cool. Könnte man alles wegkirschnern. Das ist der Vorteil am Anfang. Wenn hier überall dann die Kadaver rumliegen. So, aber jetzt müssen wir uns mal unsere Quiz abgeben. Verkaufen, verkaufen. Was jetzt? Zehne. Dann nehme ich die sogar. Die hat eine Rüstung mehr. Zwei Rüstungen mehr. Jawohl. Da haben wir die nächste Quiz. Die schmeißen wir alles raus. Reparieren. Ne, ich habe schon wieder repariert. Und, Manu? Habe ich gewechselt? Jawohl, habe ich. Gelebt wohl. Ja, mache ich, mache ich, mache ich. So, wir kürzen hier ab. Hinten durch. L und müssen zwölf Schallerhote Armbinden besorgen. Hier liegt ein Nachtsauger. Die gibt es hier oben gar reichlich. Der scheint schon fertig zu sein damit. Genau, hier. Ja, komm. Gelkul. Waren wir mit vier Ausbilden? Ich glaube, ne? Das ist dann die Folge-Quest. Halt. Geeks. Da können wir uns schon wieder Mana recken. Und Gelkul legt los. Die Junge, der macht sogar schon die Folge-Quest. Das fetzt. Ja, aber sauber rausgepullt alleine. Ich dachte gar nicht, dass das geht. Hier stehen nochmal zwei, drei rum von denen. Gelkul. Auf geht's. Genauso. Mana niedrig. Mist. Ah, ich brauche unbedingt den Adalas. Weißt du gar nicht, dass es den gibt? Das stimmt eigentlich nicht, ne? Ja, aber wir spielen ja hier nicht nach Lore. Genau, genau, genau. Sonst müsste ich mir ja auch die Quest durchlesen. Komm, Gelkul. Erledige den Rest. Genauso, dass ich nicht mal geeksen muss. Dit. Mach's. De fein. Schaffst du das von hier? Jo. Dann kann ich von hier anfangen. Genau. Unwertet. Unwertet. Die fallen noch um. Hammer. Hammer. Fein. Und ab auf den nächsten. Uiuiui. Haben sie fein gemacht? Ja. Der hat den vor... Wie viele Sekunden geklatscht? Krass. Schön. Freut mich. Damit funktioniert das hier in den Startgebieten auch wesentlich besser wie vor drei Tagen. Ja, ja, ja. Sie sind wirklich extrem fix hinterher. Und daher. Was? Machst du was? Ach, du schießt auf Geku. Jo. Immer auf den wichtig drauf. Machst du richtig. Machst. Da fein. So. Wie läufst du hin und her? Ist ja wohl. Oh, Mann. Hammer. Denn die dürfte stehen bleiben. Nicht, dass ich dann den falschen ancaste. Und mir dann zwei, drei immer wieder anlache. Das könnte in dem Levelbereich auch schon katastrophal enden. Weil das Humanoide sind, können wir uns schnell wieder voll machen. Jawohl. Jeb, jeb, jeb. Bam. Mess, vier Damage. Du hast dich aber nicht angestrengt, Mädel. Das geht besser. Aber wollen wir ja auch nicht unbedingt sehen. Ich will ja nicht aufs Gesicht kriegen. Hier, da reichen zwei. Den Rest macht die Gekse. Der Dolch. Guck. Zwei kriegen wir raus. Lass mich endlich frei. Mir reicht's. Wieso? Musst du viel arbeiten für mich oder was? Vergiss es. Du wirst geknechtet. Ich bin Hexenmeister. Und wenn du dich weiterhin hier beschwerst, dann erlerne ich bestimmt nicht Alchemie. Dann lerne ich Schneiderei. Und schneide dir ein lila Kleidchen durch. Ich würde es mir an deiner Stelle überleben. Äh, überlegen. Genau. Oder magst du lila Kleidchen? Ei. Auf was für eine Idee? Kommisch. Hilfe. Hälse. Ja, ja, ja. WoW formt den Charakter. Hilfe. Das ist... Ach, komm. Dann gib mir Verderbnis drauf. Da haben wir nochmal zwei davon raus. Bam. Vier Schaden. Das ist... Bisschen derpfinnig, hä? Das ist... Äh, seltsam. Gelkohl. Schnapse dir. Ich versteck mich hinterm Hügel. Aber wenn ich weiß, dass es nicht funktioniert. Jawohl. Gelkohl. Du machst das. Jawohl. Ja. Hier kannst du locker stehen bleiben. Ne, das konntest du früher nicht. Also. Da hat es der Böse ins Gesicht gekriegt. So einfach hätte sie das nicht gemacht. Aber was soll's. So fallen die Leute nicht so schnell um. Und sind zufriedener. Als würden sie permanent nur im Dreck liegen. Und nein, ich übertreibe da nicht. Klassiker war früher wirklich wesentlich schwerer. So. Also hast du nicht nur eine Vierer Schelle gekriegt von so einem Mob. Da kommen wesentlich mehr geflogen. An den gehen wir jetzt mal näher ran. Denn der Riesbaum wird hier hinten auch gleich kommen. Im Moment haben wir ja volle Warner. Da ist das nicht so wilde. Aber. Ich muss da nicht gleich mit drin stehen. Geil cool. Du kommst. Jawohl. Mit. Das ist schön. Ich hab mich an dich gewöhnt. Ich würde dich hier nicht stehen lassen. Genau. Wie gesagt. Dich behalten wir. Wieso geht denn das mit B nicht wieder zu? Das ist blöd. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Oh. Hier stehen überall jetzt die Kisten rum. Ich nieke. Schön. Fein. Was? Ups. Jawoll. Abgekürzt. Claire Villewa. Na hier. Ja. Oh. Besseren durch. Nehmer. 1,9. Oh. Dankeschön. Oh. Annehmend. Wechsel gleich mal bitte den durch. Raus mit der Sprache. Ja, 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 ja. Da heißt es. Geduld und Disziplin. Yep, yep, yep. Ja, irgendwann kannst du mit bei den Sprüchen mitmachen. Also das ist... Sind auch immer wieder dieselben. Jo, jo, jo. Fezt, fezt. Kriegen wir den auch so einfach rausgepölt? Ach, komm, wir machen es auf diese Art und Weise. Ist der schon draußen? Das scheint so, ne? Der ist im Moment gar nicht da. Ah, das... Manchmal scheint das, als wenn das leckt. Jo, und... Ach nein, jetzt machen wir noch am Ende einer Runde. Das können ja gar nicht sein. Den holen wir uns noch. Komm ich von hier aus ran? Ja, cool. Na, klasse, Single Pull. Mach auch niedrig Hilfe. Okay, cool, du machst das. Ich gehe schon mal looten, genau. Ach, fein. So, macht das Spaß. Dokument kannst du mit rechtsklick lesen. Ähm, ich dachte der Truppen noch eine Quiz. Aber... So, mach mal zu. Wir haben alles, was wir brauchen. Quiz gehen wir aber noch ab, gemeinsam. Bevor wir dann weitermachen... Gibt es neue Runde, genau. Raus mit der Sprache. Stab nehmen wir schon mal mit. Bringt die Dokumente nach Brille. Ja, Brille. Ja. Ach so, das ist dort vorne. Ja, das ist nicht so wild. Was benötigt ihr? Den Stab würde ich am liebsten behalten, aber er frisst Platz. Wir hauen ihn erst mal raus. Wir kriegen später noch genug Stäbe. Fürchtet die Lebenden. Denn um Stab zu lernen, brauchen wir erst mal Silbers. Und den Level Up für Hexenmeister-Ausbildung. Jawohl, dann... Jo, ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es dir gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder. Zu World of Warcraft von Blizzard Entertainment. Zurück zu den alten Zeiten. Zurück zu Klassik. Bis dahin. Auf Wiedersehen und... Schizikowski. Schizikowski.